Hier mal ein ganz kurzes Review-Video zu diesem Apple Cinema Display, was im Jahr 2010 erschienen ist und hier jetzt seit bei mir 2015 im Einsatz ist, also inzwischen sieben Jahre und es tut immer noch treu seinen Dienst. Ich habe das, glaube ich, damals für 400 Euro gekauft und aktuell, wenn man sich die gebrauchten Preise anschaut, bezahlt man für gute Modelle auch immer noch zwischen 300 bis 500 Euro, je nachdem, worauf man achten sollte, wenn man so eins gebraucht erwerben möchte, dass dieses Cinema Mini DisplayPort Kabel hier und auch das USB-A Kabel, 2.0 Kabel, hier beide noch im guten Zustand sind, weil es gibt einige Modelle, die dann Wackelkontakte hier haben oder Probleme quasi, dass das Kabel, die Ummantelung schon aufgerissen ist und da würde ich eher von Abstand nehmen, weil da kann es dann halt im Betrieb dazu kommen, dass auf einmal das Display flackert und nicht mehr richtig funktioniert oder immer wieder ausgeht oder so. Und ab und zu oder gelegentlich habe ich schon davon gehört, dass auch das Netzteil kaputt gehen kann, was da hinten eingebaut ist, aber also wie gesagt, ich habe hier jetzt gerade ein Apple Cinema Display mehr oder weniger im täglichen Betrieb eigentlich seit ein paar Easy fünf Jahren und also bei dem hier tut sich gar nichts, da sind gar keine Probleme und an einem anderen Arbeitsplatz habe ich noch zwei Thunderbolt Displays, die sind 2011 erschienen und auch sowas vom Baujahr her, das heißt, und die funktionieren auch noch ohne Probleme, das heißt, man kann die relativ unbedenklich vielleicht sogar gebraucht kaufen und solange der, ja ich sag mal, der Verkäufer auch vertrauenserweckend erscheint. Hier hinten sieht man auch, das hat noch so drei USB-A-Anschlüsse und da habe ich jetzt halt zum einen hier meinen Ladeanschluss für die Apple Watch dran und das funktioniert sehr gut, es hat eine 2K Auflösung, ich sag mal, heute eigentlich immer noch relativ der Standard, es gibt ja dann schon inzwischen auch 4K Monitore, aber teilweise haben die dann weniger gute Display Panels und wenn man dann davor sitzt, so wie jetzt hier, man sieht es im unteren Bereich, es spiegelt ein bisschen, weil es ja auch so ein Glas quasi davor hat, das ist auf der einen Seite ganz gut, weil man kann das relativ einfach putzen, also ich nehme da immer so Isopropanol, verdünnt mit destilliertem Wasser und habe da so eine Sprayflasche und wische das quasi danach dann trocken und das funktioniert eigentlich ganz gut, das kann ja bei anderen Displays dann teilweise Probleme verursachen, wenn man da mit sowas rangeht, also da eher Vorsicht genießen oder eher vorher einlesen und ja, also ich sag mal, es gibt aus aktueller Sicht in diesem Preißrahmen immer noch nicht so wirklich Alternativen, außer man geht dann jetzt in Richtung HP oder Dell, aber wenn man sich jetzt hier mit dem Ganzen abfinden kann, dass man vielleicht einen Adapter benutzt für das Display und auch, dass es eventuell etwas spiegelt, manchmal muss ich dann hier noch den Vorhang ein bisschen rüberschieben, dass die Sonne halt quasi nicht so direkt da drin gespiegelt wird, aber wenn man mit diesen, ich sag mal, Nachteilen leben kann, ist es aus meiner Sicht immer noch ein sehr, sehr gutes Display und auch sehr, sehr entspannt für die Arbeit. Also von daher, ich nutze das täglich und komme damit prima klar. Von daher, das war soweit das Review. Wenn ihr Fragen habt, einfach unten in die Kommentare schreiben und dann viel Spaß auch, falls ihr euch so ein Display holt. Ciao, ciao!